Jo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen hier zum Karrieremodus auf PMTV. Mein Name ist Meti und ja, letzte Woche konnte ich entscheiden, was für eine Mannschaft ich nehmen soll hier in diesem Karrieremodus. Die Kappe verrät es wahrscheinlich schon. Die Bundesliga hat die meisten Stimmen in der Unfrage bekommen. Vielen Dank an jeden, der daran teilgenommen hat. Es ist unglaublich, diese Beteiligung. Wirklich, es macht so viel Spaß, das zu sehen. Und so viele Kommentare, über 500 Daumen hoch. Wenn ihr nochmal einen Daumen hoch raushauen könntet, wäre klasse hier zum Start. Wenn wir nochmal 500 hinkriegen, das wäre echt krass. Ja, ihr könnt es sehen, der 1. FC Köln hat gewonnen und ich habe hier auf meinem Zettel die Umfrage ein bisschen ausgewertet, die Kommentare. Und ja, fangen wir auf Platz 3 an. Da sind zwei Mannschaften mit jeweils 28 Stimmen. Und der VfL Wolfsburg, das war für mich nicht so überraschend. Aber SV Werder Bremen, das hätte ich niemals gedacht, dass die so krass gehypt sind hier in dieser Umfrage. Auf Platz 2 Borussia Dortmund mit. Ich glaube, 30 Stimmen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ein paar mehr hatte der FC Köln. Und ja, ich glaube, dass es passt einfach. Ich glaube, damit werden wir viel Spaß haben. An dieser Stelle Gruß an Badeschlappenfußball. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich. Der wird auch beim Lions Cup dabei sein. Und ja, er macht eine Karriere mit Borussia Mönchengladbach. Da möchten wir natürlich als Kölner dagegen halten. Und ja, schauen wir mal, was wir machen können. Natürlich haben wir ganz anderes Budget, ganz andere Mannschaft und ganz anderes Ziel. Ich denke, Klassenerhalt sollte unser Ziel sein. Oder irgendwo im Mittelfeld landen. Das wäre top. Wir starten jetzt einfach mal. Und wir machen die 60% Erhöhung. Machen wir mal. Weil ich glaube, soweit ich weiß, haben wir nur 3 Millionen Startbudget. Und wir werden unser erstes Transferfenster im Winter haben. Das werde ich so machen, weil ich mag es nicht, die Mannschaft direkt am Anfang zu verändern. Im Winter können wir immer noch was machen. Da könnt ihr mir schon mal Vorschläge geben, was sich ändern soll. Also, wir werden auf Legende spielen. Wir werden 6 Minuten milde Euro und Waldstadion. Das ende ich gerade mal. So, Rhein-Energie-Stadion. Wir werden die aktuellen Teams herunterladen. Wir werden europäischen Wettbewerb. Das ist eigentlich nicht so relevant für uns. Das werde ich einfach jetzt mal ranmachen. So, und das hätten wir jetzt auch eingestellt. Und dann wird es auch hier laden. Jawohl, da ist der erste Artikel. Und ich möchte ja viel Interaktion hier haben. Also, irgendwelche Vorschläge, ob ihr es gut findet, schlecht findet, was auch immer, in die Kommentare bitte posten. Ah ja, in der ersten Episode möchte ich heute die ersten zwei Ligaspiele spielen. Also, den Saisonstart quasi machen. Und danach werde ich einen Cut setzen und beim nächsten Mal weitermachen. Wann genau die Folge kommt, kann ich euch nicht genau sagen. Je nachdem, wie ich mich mit Patrick absprechen werde. Spätestens in einer Woche wird die nächste Folge online sein. So, wir haben unser Pokalziel letzten 32 erreichen. Das sollte kein Problem sein. Und Tabellenmittelfeld. Okay. Daniel Mesenhöhler möchte mehr spielen. Das wird schwer auf der Torwartposition, weil wir Timo Horn als Nummer 1 gesetzt haben, denke ich. Wir gehen auch ins erste Spiel rein gegen den SC Bastia. Und wir werden einfach mit dem Team, was wir hier jetzt haben, spielen. Wir haben Yannick Gerhardt auf der Linksmittelfeldposition. Lehmann und Vogt in der Mitte. Das sieht sehr solide aus. Wir werden einfach mal Patrick Helmuth vorne reinstellen. Wir haben natürlich noch andere Spieler hier. Cueto, Daiwasson, Svento und so weiter. Osaka Olkowski. Ich werde einfach mal hier die Vorbereitungsspiele einfach mal durchspielen lassen. Und ja, schauen wir mal, was es das gibt. Erstes Spiel daheim gegen SC Bastia. Und wir gewinnen Vogt und Bart Finne. Das ist sehr gut. Wir gewinnen unser erstes Spiel. So, Leicester City. Diesmal sind wir zu Gast. Und ja, schauen wir mal. Wir spielen mit einer Fünferkette. Das ist natürlich krank. Und wir verlieren 2-1. Das ist bitter. Wir spielen daheim gegen Atalanta, meine Freunde. Und zwar überspringen wir das. Und Halfa trifft auch direkt zweimal. Und ja, das ist schon mal gut. Zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Und jetzt geben wir... Oh, Spieler verletzt. Das ist doch nicht normal. So, wir gehen ins Spiel gegen den HSV rein. Wir spielen bei Legende 6 Minuten heiter. Das sieht sehr gut aus. Unser Team ist so, wie am Anfang gesagt, nichts geändert. Wir spielen mit unserem Kapitän Start Olkowski. Olkowski wäre natürlich eine Option. An dieser Stelle nochmal ein Aufruf. Ihr könnt mir gerne eine Startaufstellung vorschlagen in den Kommentaren. Und da bin ich auch immer gerne für offen. Dann mache ich einfach ein paar Taktikeinstellungen. Oder die Teamsheets. Ich weiß gar nicht, wie man die gerade auf Deutsch nennt. Mache ich dann ein paar. Und dann nenne ich es 1, 2, 3. Und von Abonnent 1, Abonnent 2 oder so. Dann werde ich das immer mal durchspielen. Und hier sind wir jetzt auch im Rhein-Energie-Stadion. So, wenn ich mich nicht irre, war das in echt ein 0 zu 0. Also eins von den neuen 0 zu 0, was der FC hatte bis jetzt in der Saison. Taktik ist eingestellt. Iwica Olic. Los geht's. Come on FC. Der Ball kommt auf Risse. Kann ihn verlängern. Jawoll. Misobrecco. Auf Marcel Risse. 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 Bring ihn auf Helmes. Patrick Helmes. Ist das 1, 0, 9. Olic. Iwica Olic. Oh, der tänzelt sich da durch. Holpi, die Hacke. Und Luis. Oh, Iwica Olic. Was ist da hinten los? Das ist ein Start, den wir nicht sehen wollten. Olic mit seinem ersten Tor. Oh, Halfa auf dem Flügel. Ziehen hier rein. Das ist sehr gut gemacht. Und nochmal mit dem... Oh, das ist ein Elfmeter. Wir kriegen den Elfmeter. Halfa holt den Elfmeter raus. Und das könnte der Ausgleich sein. Da ist Juru einfach... Ja, der trifft ja den Ball. Aber guck mal, wie die mich da beide umhauen. Müller und Juru. Und, ja, Matze Lehmann. Das ist was für ihn. Matze Lehmann. Macht das Ding in rein. Komm schon. Komm schon. Wir gehen rechts oben. Rechts oben. Da ist das Ding drin. Matze Lehmann. Matze Lehmann, meine Freunde. Wenn du hier das Stopp mal verraten. Und man trennt es durch die Stadt. Und jeder hätte es sagen. Ja, da ist das 1 zu 1 noch vor der Pause. Sogar noch relativ zeitig hier. Das ist sehr gut. Das sieht doch wieder gut aus. Und, ja, ich finde das immer überragend. Die Stimmung beim FC. Auch wenn sie mit den tollsten Fußball spielen. Oh, Tim Horn. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere gerade. Ey, feiert der Mädchen auch Karneval? Und da muss ich einfach mal sagen. Hört sich jetzt Jack an. Als Türk. Aber, ja, ich feiere auch Karneval. Und, ja. Ich finde das ganz cool. Patrick hasst sowas. Aber, ich finde es ganz lässig. Oh, das ist sehr gut. Halfa. Geh ab, Junge. Daniel Halfa. Ja, verlängert ihn. Helmets. Was ein Schuss. Was ein Volley. Und was eine Parade von Drobny. Der HSV hat wirklich nur einen Schuss aufs Tor gehabt. Und macht damit auch ein Tor. Das ist unfassbar. Utscha. Utscha. Geh vorbei, mein Junge. Geh vorbei, mein Junge. Genau so möchte ich das sehen. Bring ihn an den zweiten Pfosten. Patrick Helmets. Westermann. Ah, da kommt Van der Fad rein. Saß auf der Bank. Hat wahrscheinlich wieder mit irgendeiner rumgepimpert. Oder hat irgendwas Falsches gesagt. Oh, nein, nein, nein. Luis Holtby. Nein. Nein. Abseits. Wie hat er den denn vorbeigeschossen, bitte? Wer war das denn? Olic. Das ist nicht normal. Maximilian Beister kommt ins Spiel. HSV hier drückend überlegen. Maximilian Beister. Hackenpass. Olic. Was ein Pass. Timo Horn. Das ist unser Torwart. Timo Horn. Eine ganz starke Parade da gegen Holtby. Boah. Ich habe ihn drin gesehen. Das Spiel ist rum, meine Freunde. Erstes Spiel daheim gegen den HSV. 1 zu 1. Und ja. Ich weiß nicht. Meine Passquote. Miserabel hoch 10. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir ins nächste Spiel reingehen. Und ich glaube, das ist in Stuttgart. So. Beim VfB Stuttgart. Wir haben nicht viel geändert. Nur Adam Matuschek rückt in die erste Elf für Kevin Vogt. Und ja. Ich habe gerade mal überlegt, wie wir das machen mit den Spielen. Und zwar wäre es interessant zu wissen, wie lang sollte eine Episode sein. 10 Minuten? 12 Minuten? Maximal würde ich sagen 18. Lasst es mich bitte in den Kommentaren auch wissen. Das wäre sehr gut. Zu lang finde ich nicht gut. Aber hier 6 Minuten oder so ist natürlich auch sehr kurz. Da kriegt man auch nicht viel rein. Je nachdem, wie viele Spiele ich halt immer in der Episode spiele. Und ja. Wir spielen jetzt in Stuttgart. Wollen unseren ersten Saisonsieg auswärts. Los geht's. Spielt nur in die Mitte. Matze Lehmann. Den darfst du da nie und nimmer verlieren, ey. Darfst du nicht. Abseits. Was macht der da hinten? Timo Horn rett uns den Arsch. Und da ist jemand verletzt immer noch. Das ist nicht wahr. Timo Horn. Was ist da hinten los, ey? Florian Klein. Florian Klein. Hackendrick. Einfach mal so. Komm hoch. Wie verlieren wir das Ding da? Wie verlieren wir das Ding da? Die Flanke. Oh, Hector ist drin. Serie D. Oh mein Gott. Die Stuttgarter spielen hier. Oh. Wie entfesselt. Gentner ist durch. Gentner ist durch. Und versenkt das Ding. Unfassbar. Unverdient ist es nicht. Muss man sagen. Bis jetzt ein schwieriger Start mit dem FC. Wir müssen uns hier durchbeißen. Jetzt kommt der Ball auf Patrick Helmuth vielleicht. Eieiei. Und wir gehen in die Pause mit einem 1-0 Rückstand. Schon wieder hinten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bretschko auf Matze Lehmann. Jetzt mal ein langes Ding da rein. Der kommt zu Matuschik. Oder auch ein Elfmeter. Schon wieder ein Elber. Was ist da passiert? Gelbe Karte. 60. 59. 58. Was auch immer. Matze Lehmann. Kann er sein zweites Saisontor schießen? Matze Lehmann. Wir gehen diesmal in die linke Ecke. Linke Ecke. Linke Ecke. Grün. Linke Ecke. Grün. Linke Ecke. Grün. Da ist das Ding. Matze Lehmann zum zweiten diese Saison. Boah. Endlich. Das ist so wichtig hier. 1-1. Die Auswärtsfans jubeln. Matze Lehmann. Die Davi kommt rein. Florian Klein. Florian Klein. Kostic. Leitner. Nein. Nein. Forsten. Naja. Was geht ab? Was ist das? Nein. Was spiele ich da für einen Scheißball? Und ich habe nichts gedrückt. Ich bin nur gelaufen und er gibt Elfmeter, Mann. Das ist doch nicht normal. Mo Abdelau holt den Elfer raus. Gegen Dominik Maru. Timon. Fast jetzt klappt, wa? 10 Minuten noch und wir liegen hinten. So. Ab geht's. Wimmer. So. Alles nach vorne. Da ist das lange Ding. Da ist das lange Ding. Patrick Helmes. Der wird doch... Ey. Das ist doch... Mann. Lächerlich. Lächerlich. 74 ist das beste Golf, was wir haben. 74. 74. Damit müssen wir jetzt arbeiten. Oder wir spielen es anders. Wir spielen es anders. Wir spielen es aus. Über den Flügel. Über den Flügel. Auf Olkowski. Der ist auch reingekommen hier. Olkowski. Nein. 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 Ein Punkt nach zwei Spielen kann man schon fast als Fehlstart bezeichnen. FC Köln mit einem Punkt nach zwei Spielen. Und das war jetzt hier, ja, unglücklich am Ende. Aber vielleicht auch nicht unverdient gegen Stuttgart. Anthony Uccia hat sein Knöchel gebrochen. Wir gehen jetzt mal in unser Teambericht rein, meine Freunde. Wir haben ja ein paar ausgeliehene Spieler. Wir haben den Bruno Nascimento, der ist im Moment ausgeliehen. Simon Zoller und den Eckschlager und den Golobacht. Jetzt ist die Frage, holen wir einen der Stürmer wieder zurück? Ich würde vielleicht den Simon Zoller zurückholen. Der ist an den FCK ausgeliehen und, ja, hat eine 70er Bewertung für, ja, 23 Jahre alt. Ich glaube, er könnte Uccia ersetzen. Guckt euch die Werte an. Ich glaube, wir holen Simon Zoller zurück. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Simon Zoller könnte Uccia mit ersetzen, weil er fällt ja jetzt halt aus. Und das ist jetzt die Folge gewesen, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ich bin raus. Ciao.